Wir wollen ein Recht auf Reparatur! Wir wollen ein Recht auf Reparatur! Wir stehen heute hier vor dem Umweltministerium, weil Deutschland Jahr für Jahr Berge von Elektroschrott produziert. Für die Metalle in unseren Handys und Laptops werden Menschenrechte im globalen Süden verletzt, die Umwelt zerstört und die Klimakrise angeheizt. Dabei ist es so einfach. Wir können Klima schützen und Ressourcen schonen. Wir müssen mehr reparieren und unsere Geräte länger nutzen. Die Bundesregierung hat angekündigt, den Rohstoffverbrauch zu senken und hat uns ein Recht auf Reparatur versprochen. Passiert ist bisher aber nichts. Deshalb fordern wir einen bundesweiten Reparaturbonus von bis zu 200 Euro für Elektrogeräte. Außerdem muss die Bundesregierung endlich die Aktionsprogramme reparieren statt wegwerfen, umsetzen und sich auf der EU-Ebene für ein herstellerunabhängiges Recht auf Reparatur einsetzen. Wir wollen ein Recht auf Reparatur. Wir wollen ein Recht auf Reparatur. Korea Redaktion optimistisch heart-p monuments Am ditchen undrea unter der EU-E tombeisten. Wir wollen ein Recht auf Supersenkows peròzen. Wir wollen einen Re